Ich will dich ein bisschen aufnehmen, wie du machst. Warum? Ich war einfach so. War nicht dein Affiliate? Nein. Chinesisch kochen, oder wie ist das heiländisch? Asiatisch. Asiatisch. Die Steak am Sedlermann in 21 Uhr. Für Erster Fox. Welche Gewürze brauchst du dazu? Ich schaue mich gleich mal um, was du hast. Wie heißt das noch mal? Pak Choi. Noch nie gehört. Und dann reicht es. Ich schaue mich. Ich schaue mich. Vielen Dank. 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 Ja, die Kokomo, die gibt ja die Farbe, aber wie viel Arschwein? Ich dachte, du hast jetzt halbe Flasche. Vielen Dank. Bye. 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 Bye.